Ich nehme jetzt auf, krass. Jetzt ist das meine Aufnahme abgeschmiert. Warte, warte. Da, nimm mal die und die Waffe. Also ich bin jetzt gerade nachgejumpft und mein Spiel abgeschmiert, dass ich die auch nochmal angefangen habe und jetzt haben die schon angefangen. Nimm mal die Eko. Haben die dann 80 Muni? Ja, 30 bis 60. Gamer, ist einfach ein Anzeigefehler bei dir. Halt, kann ich meine Pistole wieder haben? Wenn wir seine Pistole lernen, hallo, Thomas, na, wie geht's hier? Wer so eine Klappe, ich hab nicht zugehört, was ist, was ist, was ist, was ist, was ist, was ist, hallo, Thomas, was hast du gesagt? Ich verstehe, was du sagst. Was haben Sie, 60, was? Wer soll das sein, was? Wer? Wann? Wo? Wer soll das sein? Extrafeuer. Und Spaß hier ist der Einzige, wo ihr euch bei ihr seid, wie zuführt, wie ich dachte, wir machen random, wenn ich da bin. Also ihr macht man, wenn ich da bin. Nein, wir machen keinen Grund. Ach, hier nicht. Nein, gar nicht. Ey, was? Ich hab ich's getan. Ich hab's gesehen. Nee, hast du gar nicht. Nee, nein. Hast du nicht gesehen. Fuck, Alter. Ohne Spaß, ich check's nicht. Ich krieg immer ein Headshot. Ja, werd ich gerne mal. Weil die Leute einfach besser zielen, ganz einfach. Komm, lass mal ein Trink auf den Humpen. Komm, lass dich nicht klumpen. Wer ist Dipper? Dipper ist der Tarka. Hallo, Testschnitt, hallo. Ähm, kennst du auch, ja. Ähm, hast du das als wieder ein Kinderserie, Tarka? Nee. Connection Problem. Ja, ja, komm ey. Es gibt doch so ne, es gibt doch so ne, es gibt doch so ne komische Kinderserie, aber ich fand, komm, der hat den Namen. Ähm, Dipper und die komische Schwester von dem. Dipper und die Schwester von Dipper. Nein, nein, es ist, da gibt's so nen Jungen, da ist Dipper, der hat immer so ne komischen Hut. Oh, also warte, warte, warte. Was? Hey, komisch. Na, ich bin auf deinem Kopf, ich bin auf dem. Die Schwester, bin ich. Die Serie hört sich gut an, Max. Nach meiner, ich weiß nicht, wie das heißt. Boah, ich bin enorm, ey, was ein Glück, was. Julian ist es, Julian ist es. Hä, what the fuck? Hauptsache, weißt du, die Runde hat begonnen, mag jetzt mal Julian ist es. Wenn ich richtig liege, dann geh krieg ich einen Keks. Von wem denn? Bitteschön. Äh, warte, äh, auf der Rotkies. Pum, ab das Bier. Ganz im Herzen, warum gibt's auf Skype eigentlich keinen Keks-Emoji? Das ist echt scheiße, ne? Ganz im Herzen, Keks-Emoji ist wohl das geilste. Wer kennt nicht den Spruch, kriegst den Keks. Ganz im Herzen, ganz im Herzen. Ganz im Herzen, Keks-Emoji ist wichtig. Thomas, das ist es. Ja, wie ist Thomas? Thomas, wie heißt der jetzt eigentlich? Ja, save call. Ja, save call. Loih. Was war das gerade? Loih, Thomas war's, Thomas war's, Thomas war's. Boah, äh, Tatanis, das wetten wir. Wett die Falle ab. Was? Ach du bist ein Teleporter. Ja, ja. Ich dachte, ich dachte, ich dachte zuerst, das wäre ein Traitor-Test. Und dann hab ich gedacht, ach scheiß drauf. Ja, hab ich aber einfach auch gedacht. Da hab ich gedacht, ach scheiß drauf. Du bist es, wetten wir. Thomas. Du bist es, du bist es. Mann ey. Mann ey. Was ist passiert? Was macht ihr denn alle? Was macht ihr denn alle? Was macht ihr denn alle? Was passiert denn da? Ich hab gedacht, stoppt. Max kriegst nen Keks. Ganz erst, Max. Ich hätte, ich hätte dich auch getötet. Max, ich weiß, du hast gesehen, wie ich auf dich gezielt hab, ne? Weil, wenn hinter dir keiner gestanden hätte, hätte ich dich auch getötet. Okay, wenigstens. Weißt du? Ich hab gedacht, ich hab nur gedacht. So, okay, wenn ich jetzt Detective werde, das ist Julian. Er ist es. Ne, vor allem, weißt du, Max läuft auf mich zu, ne? Und ich dreh mich so um, weißt du, als ob ich jetzt schießen würde, weißt du? Aber, da hab ich gesehen, hinter mir ist jeder und guck grad drauf hin zu schießen, weißt du? So, bam. Hier hat dir voll einen mitgegeben. Taka, tut mir leid, es sah aber wirklich so aus, also... Das war ich, das war ich. Ich war im Trader-Raum, aber sagt, hier. Ja, ich hab keine Ahnung, wo du warst, wo du nirgendwo warst, weil ich nicht passend. Mich und Taka haben mich auch selbst getötet. Das ist mir scheißegal. Ja, hab mich selbst getötet. Es ist keine Ahnung. Wir haben uns gegen selbst getötet. Wir haben uns gegenseitig getötet. Das geht doch gar nicht. Ja, fast. Ich musste nachladen. Da, wo Julien grad steht, hab ich getötet. Alter, das sah so aus, da fahrt ganz aktiviert. Warte, Julien, ich stand viel. Äh, warum... Warum ist hier ein Epilepsie-Raum? Was macht der? Epilepsie-Room. Alter, warum hab ich da unten mal stehen? Eigentlich ist die Map gar nicht so scheiße. Ja, Thomas, sie hatte in ihr Angst, Ma. Ich hatte rache, es ist mir Angst. YouTto, du machst ihn. Makst ihn actiert. Ah Thomas! Thomas, Thomas! Thomas, Thomas! Mensch, mach noch Scherze, Werner du? Nee, nein, ich spüre dich. Ich hab匣 drauf geschossen, wollte ich nur sagen. Ich hab ihn drauf geschossen, der hat mich auch angegriffen, also ob ich mich Distilitybilir habe, ==== Also seins Game All or Fox? He? Ja,再 bardzo noch voll brainer. Moment? Ja, hier, Junge, bleib noch stehen. So, da ist ein Medgeist. So, als ich es kommt, Max, wenn es da aufgeladen ist, warte. Weg hier, weg hier! Leute, hauen ab! Hilfe! Kann man es töten? Ich hab keine Ahnung! Lauf ab, Max! Max! Heilung! Hilfe! Ich würde hier nicht stehen, ich würde nicht hier stehen. What the fuck? Was ist das für ein Vieh und wer hat das hergeholt? Ich denke ein Traitor. Warte, es kommt wieder du, wenn ich wieder kann. Moment. Warum hast du da unten was still? Ich sehe gerade das Vieh. Da schieß gerade jemand an. Ja, Max, ich sehe auch nicht. Bist du tot? Oder Fox, ganz im Ernst, entmute dich. Jo, bleib noch kurz stehen. Da. Ich weiß. Ganz im Ernst, Fox, entmute dich jetzt mal. Aber wir wissen nie, wann du tot bist und sonst was. Das ist scheiße. Ja, das ist wirklich langweilig. Ich bin Anna. Du bist doch am Leben, okay. Alter, das ist so creepy, dieses Vieh. Ganz im Ernst, die Map ist saugeil. Lass mich rein! Lass mich rein! Alter! Juge, Tarkan! 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 Alter! Tötet das einen eigentlich? Das geht? Ja, natürlich tötet das. Nö, das sieht ganz lieb aus. Ich glaube, das macht... Alter, kann es hier rein? Kann es hier rein? Juge, Max! Max! Macht echt nichts. Ja! Max, komm rein! Ach ja, das macht nichts. Ja! Bist du da vorne, fuck, bist du da vorne. Bist du full life, Max? Ja, ich bin full life. Okay. Yo. Da drin bist du safe, genau. In den Dingern bist du safe. Das kommt dann nicht rein. Das ist ja voll geil, die Map. Alter, ich liebe die Map jetzt. Das ist doch eigentlich voll geil. Na komm, Ronny. Korb, na komm. Ich glaube, das ist unsterblich. Na komm. Ja, komm. Alter, Max! Ja. Wie das hier gegenramt ist, ist es einfach episch. Ich habe mich schon gewohnt, ob es ein leichter ist. Oh, die shit! Warte, kann man es mit einem Diskumulator wegwerfen? Warte, ich habe, ich habe, ich habe... Ich habe eine Wattesli... Oh, so Lützchen! Oh, so Lützchen! Hey, Tarkan. Ja, was bringt uns? Ich habe mich nur... Warte! Warte! Ich weiß, ich weiß, wie man es töten kann. Das Ding ist gegen mir als Diskumulator immun. Ich glaube nicht, dass es überhaupt tötbar ist. Äh, Tarkan, ärgerlich. Er hat es getötet! Oh mein Gott, er ist der heilige Töter. Tarkan ist es. Hey, Tarkan ist wirklich... Hey, Tarkan, kann es nicht sein. Das war dein Gamer, du Idiot. Der stand nämlich hinter dir. Gamer ist es. Der ist hier im Nebel. Der ist im Nebel. Der ist im Nebel. Ich habe gerade seinen Namen gesagt. Da! Oh, what the fuck? Da steht ja jeder. Ja, klar. Da standen ja alle. Ich habe das Monstrum freigelassen. Das kann man in den Schalterung kommen. Geil. Oh, shit. Jogi, ich habe keine Munition mehr. Das ist ein Schalterraum, Jungs. Ich habe genau keine Munition mehr. Das Schalterraum ist, ähm, im Gegenüber, wo das Monster liegt, da ist doch so ein Raum mit einem Tisch. Da gehst du weiter. Und dann ist da so ein Bogen mit Stein. Den kannst du aufschließen. Hä? Wo kann ich dich wiederbeleben? Hallo? Das ist das First Aid Kit. Oh, scheiße. Nein, der Defibrillator. Scheiße. Ich hatte den Defibrillator aber auch. Okay, ich weiß das, was... Boah, jetzt denke ich, ich war komplett behindert. Klar, ähm, Max, hier kannst du... Das ist der Traitorraum. Ich bin nur sehr behindert, nicht komplett. Es gibt mehrere Traitorrooms, ne? Alter, warum hört Harkand so gut zu, ey? Was ist denn mit Harkand was? Nein, ich habe so... Ich war Traitor und dann steht da... Mein Traitor-Kollege ist. Ich so, warum steht da was? Dann hat Harkand herausgefunden, dass es Traitor war. Du bist... Du bist ein Genie. Warum steht da was? So ein... Ich habe eine Waffe. Hä, warum steht da was unten? Ja, aber ich... Au, 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 au. Wo steht da unten? Au! Das hat mich geschossen, das hat mich geschossen, das Game hat mich geschossen. Wo soll denn irgendwas stehen? Das kapier ich hätte überhaupt nicht. Und wenn der Traitor steht, wenn der Traitor besteht, da steht noch was, deine Kollegen. Ja. Ja. Ja, das hat er gesagt. Oh. Also warum leckt es bei mir nicht? Weil ich habe so FPS-Einbrüche. Oh Gott, ich bin der Game. Ich bin ganz lieb, ich bin ganz lieb, ich bin ganz lieb. Ich verspreche es jetzt, ich bin lieb. Verpiss dich doch einfach mal. Ich glaube, der ist böse, der ist böse. Ich bin lieb, Max. Der ist böse, ich finde der ist böse, Alter. Ja, ich auch. Au, au, Max, das ist wirklich... Hä, ich habe nichts getan. Äh, da war... Der hat ja gerade Gamer getötet. Ich war es aber nicht. Wirklich nicht. Ey. Und schau es. Oh. Nein. Ist das Biss, oder? Oh, was ist das? 3-Til-Lot, der ist bei witzig alt. Wo, wo, wo? 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 Lauf, die hast du sich erschreckt. Wo? Was für ein Lobby. Häh, wo denn? Wo, wo, wo? Häh? Ja, wo bist du denn? Wo ist deine Leiche? Du darfst nichts sagen, Max. Wie weiß ich, dass ich nichts sagen darf? Da hinten? Warm, 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 warm. Ach da! Ja, Max gibt Hinweise. Häh, nein, ich bin grad da hingegangen, Alter. Trotzdem ja, warm, warm, warm. Ne, das hab ich überhaupt nicht gehört. Habe ich echt nicht mehr angenommen. Keine Ahnung, was grad passiert ist. Ich muss jetzt einfach sagen, ich bin nicht wieder hingegangen, für mich umgekehrt. Ach, Fox, das ist schon langweilig. Warum, wenn du nix redest. Ist der tot? Oh, der ist tot. Ich, ich bin's nicht, ich bin's nicht. Fox, ein bisschen mehr reden, also flüstern. Hä, Thomas ist ja tot. Was ist da los? Ich trau mich hier nicht rein. Oh, hei! He, he, he. He, he, he. Alter, es ist so langweilig, wenn Fox nicht redet. Ist so Fox rede, was, wenn das ist irgendwie bei dir, darfst du nicht reden oder laut sein, oder machst du jetzt einfach nur wegen Zeit Fox? Ja, einfach nur wegen Zeit Fox macht das echt scheiße. Weil das mir... Okay, okay. Wegen was? Ich wollte halt, ich wollte halt eigentlich, das war halt scheiße, dass Max dann gestorben ist, aber ich... Wie denn? Was? Wie, was? Wie bin ich denn gestorben? Ich bin aber hingegangen. Mit One-Shot. Ich hab eine One-Shot-Waffe. Hä? Die One-Shot-Waffe? Ich denke, ich hab dich doch getötet. Weiß ich doch nicht. Ach so, ich dachte, was wüsstest du? Nein, ich... Deswegen war ich die ganze Zeit, ich hab mich ja der Fernseher getötet. Ich werd doch in deine Läsche reingucken. In deine Läschigkeit aber auch reingucken. Ich hab gesagt, Max, ich bin ganz lieb, ich bin ganz lieb, gib mir ein item, ich bin ganz lieb. Hä, Max hat ja gar nichts gemacht, Max hat ja überhaupt nichts gemacht. Ja, deswegen, das war die... Ich hab auf dich geschossen, ne? Ich hab dich getötet, der Gamer, ne? Ist das auch gefallen? Ey, ich hab geschlüsselt. Wenn ich traite werde, bringe ich dich einfach um. Hä, wusstest du das? Ich dachte, Max wäre das gewesen? Äh, ich hab den Schlüssel. Ja, der Max vongestanden. Hallo, ich hab den Schlüssel für was... Willst du sterben, Digga? Nein, lass mich. Kommt mal in die Mitte. Ich hab mich überhaupt nicht gemacht, ey. Außer da war ich Traitor, ey. Das macht doch jeder. Ja. Thomas hat einen Schlüssel. Julian. Thomas hat einen Schlüssel, aber für was ist das? Ich glaub, irgendwo gibt's, irgendwo gibt's ein Gitter, das weiß ich. Es gibt eigentlich ein Tor. Ich glaub, ich bin tot. Ich bin gleich tot. Von wem? Das ist ähm, Gamer. Wo ist der? Also, du bist wahrscheinlich tot, ne? Von draußen, ihr. Ähm, Tripper ist tot. Und Gamer? Gamer, 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 Gamer. Ich hoff, hier brennt alle Nehäle. Gamer ist es doch eh schon, das wissen wir doch schon. Thomas. Peter, hast du ein Ding, äh? Peter, hast du ein Ding? Die Klappe. Wie heißt das? Hehehe. Das ist ja ein Hook, wie heißt das? Hehehe. Gravelling Hook? Ja. Und Gamer. Hab ich dich getötet? Bei mir kommt voll geläht. Das war ein Langschlopf. Das kommt ins Video. Das kommt ins Video. Schön, dass das ins Video kommt. Finde ich gut. Wait. Kommt weg. Watt, wo, wo? Oh, hab ich grad... Oh, das ist schlecht. Sorry, an... Oh, nee, warte. ich habe immer getötet super juniors zu irgendwo kommt in den raum ja ich weiß von hier aus nicht nein ich habe keinen kredit mehr hat das weil er letztlich hätte ich war auch gerade einer ich werde auch gleich ja ich seh ich seh ich seh ich seh oh scheiße ich hoffe das nächste mal wenn ihr scheißen geht ja ist so das ist voll geil die ecke ist traiter und ich weiß schon wofür der schlüssel ist ich weiß es gibt irgendwo ein gitter es gibt gefängnisse da war fox ach so stimmt ja stimmt ja genau ich weiß wo der schlüssel ist ja weiß ich weiß so kann sein dass der schlüssel random spawnt ja eigentlich die map doch mega geil wie spielt sie nun aber ganz im ernst wer hat eigentlich das monster markt hier ist in der ersten runde leute gamer also war es also ist einfach ein symbol oder wie geht das es gibt einen knopf in einen traitor raum den musst du aktivieren das ist mega geil das monster finde ich voll